Hallo zusammen, heute möchten wir einmal von einem anderen Blickwinkel auf den Bereich des Stadtbahnhofs schauen. Und ein bisschen dokumentieren, wie der Stand gerade ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Von der Brücke aus habe ich ja auch schon eigentlich mal gefilmt. Ich laufe gleich mal hier vorbei und dann schauen wir uns das von der anderen Seite auch nochmal an. Bis gleich!